TopfGuckerTV empfiehlt Ich zeige euch heute ein schnelles, leckeres Rezept und zwar Büffelmozzarella und Mandel mit Pancetta und Pesto Rosso. Wichtig bei der Zubereitung ist, dass sie auf gute Lebensmittel achten. Wir haben hier einen Büffelmozzarella. Diese Büffelmozzarella ist aus einer kleinen Firma in Italien, wo die Tiere noch im Eigentum des Herstellers sind. Das heißt also, von Anfang bis Ende ist der Verlauf des Büffelmozzarella gesichert. Wir verwenden dazu Pesto Rosso ohne Geschmacksverstärker und ohne Farbstoff. Diesen Pesto Rosso streiche ich zwischen den Büffelmozzarella, lege ihn wieder zusammen und umwandle ihn mit Pancetta. Pancetta ist ein typisch italienischer Bauchspeck. Sie sehen, mit sehr vielen Fettstrukturen drin. Wichtig, Fett ist ein Geschmacksträger. Und Sie werden sehen, im Ofen wird das schön zusammenbrutzeln. Also diese fertige Mozzarella kommt jetzt in den Ofen bei Ober- und Unterhitze bei ca. 180 Grad 5 bis 6 Minuten. Jetzt schauen wir mal nach. Schon der Duft, der Ihnen entgegenkommt. Richtig lecker, einfach. Einfache italienische Küche zum Genießen. Viel Spaß beim Nachmachen. Prost. Salute.